Nein, nein, nein! Ich habe Ihnen auch schon tausendmal gesagt, dass es diesen russischen Film Nupagadi hier im Kino nicht gibt. Ne, scheiße. Ja, okay, dann will ich jetzt irgendeinen anderen Film aus. Diese neue... Barbie. Alles klar, ein Ticket für den Film Barbie? Geht in Barbie? Wer hat über mich gelacht? Wir haben nur über unseren Witz gelacht. Aha. Alles klar, wollen Sie Popcorn dazu? Nein, Popcorn ist viel zu teuer. Dann kann ich gleich das ganze Kino kaufen. Alles klar, viel Spaß. So, mal gucken, was ist das für ein Film? Oh, ich werde... Hallo? Ah, oh, ich bin ein Film Barbie. Erzähl, wie geht es dein Kind? Wie geht es dein Kasa? Aha, aha. Pschsch. Große geht raus auf Markus Alpen, Mann. Große geht raus auf Markus Alpen, Mann. Aufこれで... Von oben?